In der Ruhe liegt die Kraft. Von einem kraftvollen, laufruhigen Induktionsmotor mit zwei wählbaren Drehzahlen angetrieben, lassen sich die unterschiedlichsten Materialien mit unserer neuen DS460 ganz sauber durchtrennen. Zehn Flachend-Sägeblätter sind bei der DS460 standardmäßig enthalten. Feine Schnitte durch Holz, nicht-eisen-metalle Kunststoffe, ja sogar durch Plexiglas, Schaumstoff, Schaumbeton, Gummi, Leder oder Kork sind ohne weiteres möglich. Enge, hochpräzise Kurvenschnitte sind eine der Spezialitäten unserer Dekupiersäge und diese machen die Maschine für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche interessant. Man findet sie beim Formenbau, in der Feinmechanik, im Modellbau und auch für die Spielzeugherstellung. Zum Beispiel für Puzzles oder Holzfiguren wird sie gern verwendet. Und dabei können wir es auch mit größeren Werkstücken aufnehmen. Die Ausladung der Maschine beträgt stolze 460 Millimeter und der Sägetisch ist mit 400 mal 250 Millimeter äußerst großzügig bemessen. Da ist zunächst einmal der solide Fuß und der steife Maschinenkörper aus schwingungsdämpfendem Gussmaterial. Eine ideale Basis zur Aufhängung des großzügig bemessenen Sägetisches und der Sägearme. Diese sind aus Magnesium gefertigt, einem superleichten, aber trotzdem sehr festen Material. Dieses sorgt für geringe bewegte Massen beim Lauf des Gerätes und ist mitverantwortlich für die unerschütterliche Laufruhe. Präzise Lagerungen der bewegten Teile sorgen für eine absolut spielfreie und somit hochgenaue Führung der Sägeblätter. Und zur Aufhängung der Blätter an den Armen haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Diese patentierten Kulissensteine hier klemmen nicht nur die Sägeblätter bombenfest. Durch ihre Gestaltung bewegen sie das Blatt bei der Auf- und Abbewegung so, dass dieses immer gleichmäßig unter Spannung steht und frei schwingen kann. Feinste Schnitte für anspruchsvollste Anwendungen und langes Leben der Sägeblätter ohne Bruch sind die Folge. Außerdem kann das Sägeblatt nicht zuletzt durch den nach hinten verschiebbaren Sägetisch blitzschnell gewechselt werden. Und so geht's. Einfach Blattspannung vermindern und den Sägetisch dearretieren und nach hinten schieben. So wird der Bereich der Blattaufnahme gut zugänglich und die Kulissensteine können prima ein- und ausgehangen werden. Ideal für den schnellen Wechsel mit verschiedenen feinen Verzahnungen oder bei Innenschnitten. Das Klemmen des Sägeblatts in den Kulissensteinen wird durch Auslassungen in der Oberfläche des Tisches erleichtert. Zusätzlicher Vorteil, so ist immer die richtige Länge voreingestellt. Natürlich lassen sich auch Sägeblätter mit Querstift verwenden. Zusätzliche Flexibilität bietet Ihnen die DS460 mit dem schwenkbaren Sägetisch. 5 bis 50 Grad sind möglich. Alle 10 Grad gibt es eine präzise Rastung und mit der zusätzlichen Feineinstellung wird auch das Sägen von beliebigen Gehrungen zum reinen Vergnügen. Und damit die Arbeit mit der DS460 auch ein sauberes Vergnügen bleibt, haben wir uns auch was ausgedacht. Damit beim Arbeiten der Staub nicht die Sicht auf die Schnittlinie versperrt, gibt es einen automatisch angetriebenen Blasebalk mit justierbarer Luftdüse. Proxxon – Geräte mit Charakter